Tragischer Fauxpas bei Bares für Rares. Ein Tisch geht kurz vor der Expertise kaputt. Das ZDF muss dafür gerade stehen. Das darf doch nicht wahr sein. Normalerweise werden die Raritäten und Antiquitäten bei Bares für Rares stets bestens behandelt. Die Expertinnen und Experten der ZDF Trödelshow tragen Handschuhe, gehen äußerst vorsichtig mit den Dingen um. Doch selbst bei der besten Behandlung kann manchmal etwas kaputt gehen. Unglücklicherweise passierte dies den ZDF-Mitarbeitern ausgerechnet bei der Bares für Rares-Abendshow. Und noch schlimmer, auch noch bei einem sehr teuren Stück. Einem Tisch, um genau zu sein. Was genau passiert war, das erklärte der sichtlich betröppelte Horst Lichter. Ich muss es hier nochmal ganz kurz erklären. Uns ist ein kleines Malerchen passiert. Beim Aufbau ist uns der Tisch leider Gottes. Man kann einfach sagen, er ist beschädigt, so der Bares für Rares-Moderator über den deutlichen Riss auf dem Möbel. Tisch geht bei Bares für Rares, kaputt wie ärgerlich, und dann auch noch bei einem solch edlen Tisch, wie ihn Dagmar Willecke und Rainer Jansen aus Karst angeliefert hatten. Dennoch musste ja irgendwie die Expertise und auch die Preisfindung betrieben werden. Und so sollte der Preiswunsch für den perlenbesetzten Tisch so kommuniziert werden, wie wenn er noch heile wäre. 5000 Euro wollte Dagmar für ihren Tisch. Ein realistischer Preis. Hatte der Tisch doch vor der Beschädigung ein Preisschuld von 9000 Euro von Kolmar Schulte-Gohls bekommen. Mit der Beschädigung jedoch sank der Preis auf 6000 bis 6500 Euro. Natürlich blieb die Beschädigung auch den Händlern nicht verborgen. Und so gingen die Gebote nicht über 4300 Euro hinaus. Ein Glücksfall für Dagmar Willecke und Rainer Jansen. Wie sich später herausstellen sollte. Nach dem Verkauf kam nämlich Horst Lichter auf das Paar zu. Ich sage erst einmal. Bis hierhin Gratulation. Aber ich habe ja gesagt, wir kümmern uns. Und da es ja unser Schaden war, den wir gemacht haben, wir gleichen aus bis auf 9000. Da leuchteten auch die Augen der Kandidaten wieder.